DAAV besiegt OCI Lions. Der Dessau-Roslauer Handballverein hatte in einem Testspiel den holländischen Meister OCI Lions mit 37 zu 34 besiegt. Im ersten Durchgang führte die Mannschaft von Trainer Uwe Jung-Andreas lange und deutlich, bis es plötzlich kein Durchkommen mehr gab. Somit kamen die Löwen bis zur Halbzeit auf 17 zu 16 heran. Vor rund 250 Zuschauern steigerte sich der deutsche Drittligist und kam am Ende zum verdienten Erfolg. Bester Werfer beim DAAV war Thomas Pavlicek mit insgesamt zehn Treffern.